Na, wie geil in eurer Hälse! Da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Husk! Oder wie ich es gerne nenne? Hubert! Wir haben ja... Oh Gott, der Nebel ist stark in diesem Lande. Äh, jawoll! Im letzten Part haben wir ja die Fabrik hinter uns gelassen, komplett endlich. Die Industrie mit all seinen Puppen, mit all ihren Puppen. Puppen im Gelände! Alter, der Nebel ist so stark, wenn ich die Taschenlampe anmache, dann reflektiert das total krass gegen. Ich finde es aber geil und realistisch gemacht. Das ist nun mal so, wenn du eine Taschenlampe im Nebel anmachst, deswegen macht man auch keine Scheinwerfer. Zumindest keine, äh, kein, kein Fernlicht an, wenn man Auto fährt, im Nebel. Oh! Die gehen ganz von alleine an! Dunkle Rituale finden hier statt, in diesen Landen. Hört auf! Der König hat gerufen. Sein Volk ist im Krieg. Hör auf, dass wir nicht hier sind! Das macht uns schade, wenn du nicht auf uns... Wir sind aufregend, Matt! Vielleicht sollten wir uns auf die Seite sehen, damit du uns in den Augen schaust. Sollst du uns auf die Seite sehen, wie du dein Vater schadest? Matt? Willst du endlich auf uns auf? Mit Angst und Respekt? Du bist kein Mensch, Matthew. Du bist ein Schade und ein Schade. Du bist nicht wertvolle von deinem Familie. Du musst nicht auf die Seite auf sie alle Morgen. Du musst nur auf die Seite stehen und sterben. Du bist ein Schade, Matt. Du bist ein Schade. Du bist ein Schade, Matt. Kommt uns zu uns. Wir wollen endlich erklären, alles zu dir. Du warst nie ein Schade, Matt. Du versuchst. Dad weiß das. Er schreit immer alle Nacht. Wo ist mein kleiner Matthäusch? Warum hat er mich verlassen? Weil du das nicht gemacht hast, Matt. Du lässt ihn. Du lässt ihn zu Hause. Aber das ist okay. Alles wird okay. Wir erklären dir, was zu tun muss. Wie zu deinen Fehler zu lösen. Ja, Matt. Deine Fehler. Kommt uns schon. Okay, es hängt kurz. Es hängt. Spiel. Ich mag nicht, wenn du hängst. Das passiert dir öfter mal. Gerne. Kann das sein? Kann das ist Spiel. Jawohl, perfekt. Es hört auf. Immer an diesen kurzen Ladeüberbrückungen. Alles klar. Wir haben da Flashbacks. Ich weiß gar nicht, wer das eigentlich ist, der dazu entspricht andauernd. Ist das irgendeine unterbewusste Stimme zu uns selbst? Ich habe das noch nicht genau herausgefunden, oder ich habe es an der Stelle, wo es das erste Mal auftauchte an dem Haus. Verpasst. Ei, ei, ei. Aber was ist das hier? Sieht aus wie so ein alter Wikingerplatz, wo welche Menschen geopfert wurden. Aber die hatten noch keine Metallfässer. So Opferrituale im Wikinger-Zeitalter. Gab es ja öfter mal. Wer die Serie Weichen jetzt kennt, weiß, was ich meine. Wo sie auf dem Hügel waren, um den einen zu opfern und so was. Wo er sich Pilze eingeschmissen hat. Das sah relativ identisch aus. Identisch vor allem. Schacht, 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 schacht. Schacht, schacht zum Frühstück. Lecker. Aber ich muss ja sagen, wie gesagt, atmosphärisch ist das Spiel definitiv ein richtig geiler Knüller. Ist jetzt nicht der Horror-Überhit, weil der Horror selbst ist, also die Horrorelemente, die vorkommen, sind nicht am besten umgesetzt. Muss man mal zugestehen. Aber atmosphärisch hat das Spiel schon so seine definitiven Stärken. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, wie Leute behaupten, nach einer halben Stunde haben sie ausgemacht. Mich interessiert das Spiel doch einfach Viel zu sehr Okay Der einsame Wanderer aus den Bergen Um aufzustehen halte Jetzt rennen Rennen Digga 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 rennen Abholen Nimm die Money mit Nimm die Money mit Nimm noch mehr Money mit Wo ist er hin Der Obdachlose kommt Verprügelt uns Schieß doch Jürgen Was magst du denn Jetzt schieß doch mal dem Endboss ins Gesicht Der stirbt ja aber auch einfach nicht Er haut in der Regel immer voll daneben Wie ihr seht Und trifft mich trotzdem Was ein Otto Was bist du für ein Otto Digga Ich hau da mal rein Wie kann man sich nur so hart gönnen Komm schon Alter Schwede ey Ein sehr seltsamer Bossfight muss ich gestehen Habe ich so auch noch nicht erlebt Habe ich so auch noch nicht erlebt Loll Ist er down? Er ist down Da geht er down Jawollo Tower defeated alter Da habe ich mich gerade verschluckt An meinem eigenen Sprech Ist das herrlich sag ich euch Wenn man sich an meinem eigenen Sprech verschluckt Da geht ja nicht drüber Oh wow wow Erstmal auf jeden Fall Money sammeln Jetzt können wir ja wieder Jetzt ist ja unsere Waffe endlich trocken Auch wenn ich gerne die 3-4 Schuss vorher noch gehabt hätte Das heißt Munition aufzusparen Hat die ganze Zeit überhaupt nichts gebracht Wir haben jetzt erst wieder Jetzt erst wieder alles Ich nehme auf jeden Fall alles mit So gut es geht Habe ich Waffe voll? Nein ich würde gerne nachladen Jürgen Ich hielte dies für eine ziemlich gut angebrachte Tat Wer auch immer er war Er hat uns mit einem Schädel an der Kette geschlagen Also du hast auf jeden Fall einen ordentlichen Fetisch Sag ich dir mal Einen ganz schön ordentlichen Fetisch So die Frage ist jetzt wo geht es lang? Ins Haus? Wofür war der Schädel? Welche dieser Eröffnungen? Empor Ich glaube da oben entweder oder weil von hier kommen wir Ich bin nicht der Meinung Eingesperrt Öffnen Ah nein doch nicht Wir kommen Nicht von hier So Er nimmt die ganze Munition raus Schickt eins rein Wir haben 6 Schuss Wie gesagt die Logik dieses Spiels Erschließt sich mir noch nicht ganz Aber sie muss vorhanden sein So Ihr kleinen Schlingels Hm Oh Ein Spray Da war aber jemand fleißig Auch in Dörfern wird gesprayt Das ist immer so eine Sache Da frage ich mich Wie konnte sich denn dieser Trend So weit erschließen Das ist genauso wie ich mich frage Wie sich Jugendsprache Das ist jetzt wirklich kein Scherz Wie kann sich Jugendsprache Was ist das denn? Pillen Pillen Geh mir das Pilz Ich will das Pilz Ich will erst mal ein herrliches Pilz trinken Jetzt komm ich hier nicht mehr runter Toll jetzt bin ich hier Ich möchte die Pillen Oder kann ich die nur nehmen wenn ich gekackt habe Hallo Pillen Wie kann ich eigentlich mit die Packs nehmen Äh Achso Wir müssen noch mal ziehen Jetzt geht das rüber Kann ich jetzt die Pillen nehmen Nö Ich muss mal ganz kurz in die Options gucken Es tut mir leid Denn es gibt bestimmt einen Punkt in der Steuerung Wo ich auch mit die Packs nehmen kann Tastatur und Maus Tastatur und Maus Wie immer Er hat sich selbst ein Glas Whisky Und dann eine andere Und eine andere Das ist ja wie Ecke Meine Mutter machte in der Kuchen Ich ging zu ihr Und fragte sie, ob ich außerhalb In den Garten Sie sagte mir, ob ich meinen Vater fragen kann Und so habe ich es Und Vater muss sich sehr beschäftigt mit seinem Trinken Weil die nächste Sache, die ich erinnere Er ist auf dem Boden Okay, das ist nicht wie ich Lieber Papa Mother came running She got him between us Shielding me And he hit her for a long time He hit her with his belt And she was an object Tears covered her face But she hugged me And didn't make a sound I was tight in her embrace Holding some toy Wishing the world to end I wanted hell to open up And the flames to swallow my father Mother cried quietly Dad swore at us And then Through the window I saw the forest burning in the distance I thought my prayers had been answered And the devil himself had come for my father But it was only drunk Paul Steiner Who set the mill on fire with a cigarette And the devil himself had come for a long time Ja, der hat auf jeden Fall eine schöne Lebensgeschichte Sag ich euch, ey Ich finde das Wasser sieht ganz nice aus Ja, grafisch hat das Spiel noch ein paar kleinere Schmanker zu bieten als ich dachte Aber nichtsdestotrotz Kommen wir mal zurück zum Wesentlichen Die Story ist Doch ein bisschen düsterer als ich erwartet hatte Mit der ganzen Kindheitsgeschichte Klar, es geht zwar trotzdem immer noch Wahrscheinlich in diese Problembewältigung Resident Evil Resident Evil Silent Hill Artige Geschichte Aber Trotzdem krass Also wahrscheinlich ist es sein Vater, den er immer hört Er ist Matt Also wir spielen Matt Davon gehe ich jetzt immer ganz stark aus Ich bin immer so lückenhaft Deswegen vergesse ich immer den Namen Und sein Vater ist halt der besoffene Arsch Der die ganze Zeit ihn angeschrien hat Aber warum sollte er dann Mit sich selbst so komisch Von sich selbst so komisch reden Gehe ich jetzt nach oben Oder gehe ich nach rechts Ach, rechts ist ein Zaun Da gucken wir also mal zuerst In der Hoffnung, dass hier vielleicht noch irgendwas Schönes liegen könnte Ein Kind zum Aufessen Hamdamdamdamdam Lecker Kinderfleisch Gut, nix Dann gehen wir weiter in die Berge Warum auch immer Das ist wie gesagt immer noch der Punkt Wo ich mich frage Warum laufen wir so wild Durch die Wallachai Hätte ich meine Frau nicht innerhalb von 20 Minuten gefunden Und die Stadt wäre so leer gewesen wie heute Hätte ich mir gedacht Junge Ruf mal lieber die Polizei Ey, irgendwas stimmt hier nicht in der Gegend Ich bin jetzt das bei Karneval Weil die Leute nicht zu Hause sind Aber dass die Straßen leer sind Das ist mir auch neu Nein, mein Kölsch ist sehr schlecht Ich kann das nicht Ich bin ja eigentlich Berliner, wirst du? Ich kann nur Berliner arbeiten Oh, nicht mehr so juli Ich hab auch verlernt Ich quatsche nur ab und so mal aus Daftke so Ha, was ist das herrlich Erstmal Licht ausmachen Licht an, Licht aus Okay Oh Gott, mir klärt die Nase Oh, ich weiß nicht, ob ihr das habt Jürgen? Kommt was runter Mal wieder Ich glaube, wer sollte hier aufpassen Dass hier nicht wieder irgendwie Geräusch von den Bergen Schlümpelt Diese Wind-Sound-Effekte sind wirklich gut Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Wenn bei mir die Nase kribbelt Das hab ich auch beim Nase-Schnauben immer Dann muss ich immer so Husten oder so Ich geh bei mir irgendwie in den Rachen mit über Das heißt ja auch Hals-Nasen-Ohren-Arzt Weil Hals und Nase und Ohren hängen ja zusammen Aber bei mir ist das ganz, ganz schlimm mit der Nase Wenn die kribbelt, kriege ich immer so Hihihi Und kribbelt auch im Hals So eine Bischung aus Husten und Killern Ich weiß nicht Das ist ganz schwer zu beschreiben Das ist dann auch reflexartig Mit meinen Stimmbändern verbunden Dann mache ich immer so ein bisschen Oh, oh 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 Und beim Nase-Schnauben muss ich immer husten Das ist ganz verrückt Da hat man mich auch schon für ausgelacht Ich mag es nicht, ausgelacht zu werden Nein, das war jetzt nicht so ein Auslachen Just-Yer-Usier wegen Haha, bist du ein Otto? Du Opfer? Sondern Wo ist Anne? Anne? Anne-Marie Wo bist du hin? Oh, ein Haus mit Spielen. Ja, ich hab's nämlich nicht gesehen. Du Wurschtkopf. Wir kommen langsam wieder Richtung Zivilisation. Was mir gefällt, es speichert. Ein Spielplatz. Ein richtig kleines, verträumtes, amerikanisches Dörfchen. Irgendwo in der Nähe einer größeren Stadt. So ein Vorort. Was ist das herrlich, steig euch. Hier könnte ich glücklich werden. Das Einzige, was ich an Amerika mag, 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 würde. Magen, wie kommt man denn? Krankenhaus, seriously. Lass mich raten, es heißt, äh, Orke Miller. Oder Alt-Hear Miller. Ich kann's nicht genau aussprechen. Also jetzt wird's mir dann doch ein bisschen zu Resident Evil dich. Er muss zum Kranken... Wo ist denn hier das Krankenhaus? Mensch, Jürgen, du denkst dir schon wieder Sachen aus. Dein Haus. Sie hat mich immer immer über Schmerz und Schmerz denken. Es ist unglaublich, wie viele Emotionen mit uns in der Jugendliche leben. Aber du weißt, ich war in einer anderen Situation. Als Richard begann, Drücken zu nehmen. Ich erinnere mich, wenn der Handy aufgerissen wurde. Ich erinnere mich, wenn der Handy rief. Dad kam. Es war der Krankenhaus. Richard, überdose. Sie wussten nicht, ob sie ihn können. Mom prayed all night bei seinem Bett. Wenn Rich kam zurück. Dad, Gott, erinnere mich. Er... 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 Er ... Er... Wer ist jetzt Richard, ist gerade die Frage. War das Ihr Bruder? Ihr... Ihr Freund? Weil wir sind ja mad Ich komm bei den Namen grad ein bisschen durcheinander, muss ich gestehen Tut mir leid, dass ich vielleicht da ein bisschen durstelig bin gerade Wir schlendern mal weiter durch die Stadt Hier brennt Licht Hier brennt überall Licht Manche Sachen sehen so aus, als wären die gerade erst frisch verlassen worden Da brennt sogar noch ne fucking Kerze, Mann Oh, es geht rein Alles klar Alter, ist hier alles voller Mandarinen? Oder Orangen, Äpfel, was auch immer Obst? Es ist Obst im Haus, halt, stopp Testbild Oh, eine Zeitung Text anzeigen Liebe Mrs. Libby, ich möchte Ihnen ehrlich danken für all die Hilfe, die Sie mir diese schwierigen Zeit haben zukommen lassen Vor allem angeht sich der Tatsache, dass Sie es selbst nicht einfach haben Ich bin extrem dankbar und ich hoffe, dass die Blumen, die ich geschickt habe, dies zumindest im kleinen Rahmen zeigen Libby, ich würde Sie gerne um einen weiteren kleinen Gefallen bitten Falls mein Sohn mit seiner Familie vor ihrem Haus auftauchen sollte, sagen Sie ihm bitte nicht, dass ich ihn als Spender haben möchte Wie Sie wissen, ist unsere Beziehung nicht die beste und ich wollte persönlich mit ihm darüber reden Wenn er von jemand anderem davon erfahren würde, könnte er denken, dass dies der Hauptgrund war, warum er herkommen sollte Wir beide wissen, dass das nicht der Fall ist Richtig, Libby, ich möchte, dass Sie sich daran erinnern Also bitte lesen Sie bitte ein weiteres Mal Angesichts Ihrer Alzheimer-Erkrankung bin ich überzeugt, dass Sie unnötigerweise anfangen werden, ihn voll zu plappern Vertrauen Sie mir, Libby, wir wollen um unser beider Willen nicht, dass Sie mit dem Plappern anfangen So wie wir uns beide daran erinnern, dass Rons Verschwinden nicht ihre Schuld gewesen ist Fühlen Sie sich umarmt Howard Wer auch immer jetzt Libby Alter Willst du mich? Oh, M, F, G, F, T, W, W, T, F, H, R, R, F, F, G, H, 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 H! H, 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 H H, 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 H thrilled am N Cóng Bryan hallo Okay, hier schwebt was. Ich kann es nicht lesen, weil mit der Textanzeigen verwehrt wird. Hierfür gibt es leider keine Übersetzung. Es tut mir leid, Leute. Und diese Schmierschrift konnte ich leider nicht ganz entziffern. Sonst hätte ich versucht, auf Englisch zu lesen. Es war klar, dass es klingelt. Es war so klar. So viel Zeit hat seit dem Erkrank und du hast keine Szenen des Lebens. Ich weiß, dass Dinge nicht gut zwischen dir und Mutter. Ich habe sie klingelt die letzte Zeit, als du zu viel zu essen und du hast gegenseitig. Sie sagt, sie sagt mir immer, dass es etwas grown-up ist und ich sollte es nicht überraschen. Aber ich kann nicht einfach standen, als ich sie haben Probleme sehen. Ich liebe dich. Und ich brauche dich. Alles gleich. Langsam werde ich verwirrt von den ganzen verschiedenen Telefonanrufen und Personen, über die es geht. Also, ich kann mich auf die Hauptstory konzentrieren. Dass Matti einen dummen Vater hatte, das kriege ich noch hin. Mein Gott. Manchmal erzählen sich die Sachen aber auch über verschiedene Zeiträume zu schlecht. Es wäre jetzt was, wenn ich das Spiel am Stück durchgespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich eher verstanden. Es ist meine eigene Schuld, muss ich eingestehen. Dass ich da doch ein bisschen mich zu wenig mit befasst habe mit der Hintergrundstory jetzt gerade im Augenblick beziehungsweise zu viele Lücken bei der Aufnahme habe. Äh... Ein Hospital. Ich hoffe, die Mädchen sind okay. Ach ja, das war ja der Anfangsding. Er wollte ja zum Hospital, weil er dachte, nach einem Unfall werden die alle da hingebracht. Das war die Ursache. Äh... Ja. Perfekter Übergang. So schafft man Ambienteentwickler. Mad, 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 Matt. You naive fucking brat. You thought that'd be the end? You thought you'd meet without good old friend and it would all be over. You thought you'd get off the hook so easily that we're as naive as your poor stupid Ellen. Maybe you thought you'd hit us in the face and we'd shut up. Matt, understand this already. This is not the end. This is barely the end. Wir kommen. Wo ist jeder? Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part hoffentlich mit weniger lautem Getöse. Bis vielen gefällt es mir auf jeden Fall ganz gut. Ich bin gespannt, das Krankenhaus wird bestimmt wieder den ein oder anderen Grusel mit reinbringen. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Auf dann auch bald auf Wiedersehen. Tschüssi Sikowski.